So, hallo liebe Leute, da sind wir wieder bei Minecraft. Hier ist eure Nizzi. Und ich habe meine Kisten sortiert, auf den Tag gewartet und jetzt möchte ich gerne mit euch da oben meinen Acker weiter bewirtschaften. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Monster ist. Okay. So, dann bauen wir... Uah. Okay. Creeper und... Ist das eine Hexe? Ne, ein Skelett. Autsch. Autsch, Autsch. Zwei Creeper? Aber jetzt komme ich hier nicht raus. Okay, cool. Oh, da kommt noch einer. Ja, komm mal her, hier. Nicht mein Haus kaputt machen. Oh, super. Hat geklappt. Noch irgendwo einer? Boah. Das ist ja... Das ist ja eine richtige Creeper-Höhle hier. Das geht hier ab. Okay. Hihi. Aua, aua, aua. Komm her, hier. Noch einer. Die sind hier bestimmt alle reingefallen von oben. Die haben den Ausgang nicht mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann kümmern wir uns hier jetzt mal weiter um unsere Felder. Das ist ja schon wieder gewachsen. Okay. So, ich habe jetzt, äh, Kürbisse, Kartoffeln und Möhren. Da machen wir die Kartoffeln hier hin. Und, äh, ja. Die Möhren machen wir da hin. Und, äh, die Möhren machen wir da hin. Und, äh, praktisch auf zwei Feldern. Die pflanzen wir dann hier hin. Aber wir haben eh erst mal einen... Ach, Scheibenhonig. Ich brauche ja erst mal die Samen von dem. So. So. Mal gucken, was passiert. Und hier können wir auch noch ein bisschen Weizen anpflanzen. So. Dann haben wir aber reichlich zu futtern, denke ich. Ja. Das sieht doch gut aus. Bisschen Natürlichkeit da hinten mit dem Wasserfall. Ähm, den ich ja nicht so richtig hinbekommen habe, wie ich das wollte. Und ich denke, wir werden, beziehungsweise ich werde, erst mal jetzt hier hinten das Weizen noch abbauen. Wo ist eigentlich unser Hausschwein? Jetzt haben wir das Namensschild. Und irgendwie ist unser Hausschwein nicht mehr da. Hm. Das finde ich jetzt schade. Hm. Naja, vielleicht kommt es bald wieder. Mal sehen. So, dann haben wir das hier auch erledigt unten. Und dann werde ich mir noch mal ein bisschen... ein bisschen Fleisch organisieren. Mal sehen, wo ich da hingehe. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht so die ganzen Schafe hier umnatzen. Ein bisschen Holz könnte ich eigentlich auch noch mal gebrauchen. Das baue ich nebenbei noch ab. Ich habe ja meine Kisten sortiert, habe festgestellt, dass ich nicht... Uah, gerade sehr viel... Was macht der denn hier? Der hat sich hinter den Bäumen versteckt. Tja. Ja, dass ich halt nicht gerade sehr viel Holz habe. Ich brauche gar nicht mehr so viel Eisen. Zuckerrohr haben wir auch noch nicht, ne? Das werde ich mir jetzt auch mal schnappen. Ich glaube, haben wir noch nicht Zuckerrohr. So, ein bisschen Holz nochmal. Wie gesagt, ich hätte gerne Fichtenholz. Aber hier gibt es weit und breit keine Fichten. Schaf auf dem Baum. Alles klar. Weil Schafe auch immer auf Bäumen hocken. So, hier gibt es noch Eichen und Birken. Ah, da ist nochmal Zuckerrohr. Das holen wir uns noch. Finde ich jetzt schade. Okay, Fleisch brauchen wir noch. Vielleicht gleich mal gucken, was hier oben noch so ist. Nicht zu weit weg gehen. Nicht, dass ich wieder nicht nach Hause finde. Okay. Da kann ich bestimmt rumlatschen. Und dann komme ich wieder zu meinem Haus. Oh, hier ist noch eine Höhle. Okay, da gehe ich jetzt aber nicht rein. Vielleicht sollte ich mal auf die... Ja, ein paar Setzlinge wären nicht schlecht vielleicht. Da ist schon was runtergefallen. Hier kraucht doch schon wieder irgendwas rum. Bestimmt in der Höhle unten. Ja, ich gehe einfach mal hier rum um den Berg und gucke, ob ich da dann wieder zu meinem Haus komme. Und werde mich vielleicht dann dabei noch verlaufen. Und ja, mal sehen. Okay, ich hoffe, dass ich so ein paar Hühner noch finde. Weil ich habe ja... Habe ich überhaupt Essen mitgenommen? Let's mal gucken. Ja. Ich habe ja hier das Hähnchenfleisch. Und ich habe auch keine Lust, jetzt so viele verschiedene Essensarten mit mir rumzuschleppen. Da ist ein Schwein. Wenn nicht, müssen wir halt die Schafe nehmen. Schafe gibt es ja hier echt genug. Tja. Wow. Keine Hühner da. Ja, ich habe sie ausgerottet. Habe ich letztes Mal noch gesagt. Oder vorletzte Mal. Keine Hühner. Oh, ein Pool. Cool. Es ist Freibad hier. Bei Minecraft. Oh, dann nehmen wir hier die Schafe einfach. Ist egal. Es malt Lammfleisch. Hier ist der Strand. So, komme ich jetzt wieder zu meinem Haus? Oder habe ich mich wieder sinnlos verlaufen? Aber das sieht da hinten schon sehr markant aus. Das kann ich immer ganz gut erkennen an diesem komischen hohen Berg. Oder fliegt ein Vogel rum? Okay. Höhle reisen. Okay. Muss man sich eigentlich mal merken. Es ist ja jetzt auch nicht Schafe im Wasser. Ja, auf dem Baum, im Wasser. Schwimmschafe. Haben wir bei uns zu Hause auch immer Schafe, die auf Bäume klettern und in irgendwelchen Gewässern rumschwimmen. Da muss man echt immer aufpassen, wenn man da selber baden will, dass man da nicht mal irgendeinem Schaf in die Quere kommt. Völlig normal. Und da bin ich schon wieder zu Hause. Super, ich habe es geschafft. Es wird dunkel. Ich werde jetzt in mein Haus gehen. Ups. Und eigentlich müsste ich das hier mal ein bisschen zumachen dann. Ach, das lasse ich jetzt so. Ich gehe jetzt in mein Haus und werde mal mein Fleisch braten. Ich habe ja hier Hühner, aber die will ich jetzt nicht gerade abkillen. So, Ei haben wir noch gekriegt. So, ab in die Küche und kochen. So, machen wir das Fleisch. Da ist es. Und dann werden wir das kochen. So. Das schmeiße ich da mal. Diese Zlinge könnte ich eigentlich hier unten reinpacken. Oh, eine hübsche Blume haben wir noch bekommen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Und liebe Leute, nächste Mal schon wird es eine kleine Überraschung geben. Und ich sage bis dahin Bye, bye. Eure Nizi. Love liability. Eure Nizi. Also, ich bittewich. Und wir klicken dich, bei Dienst, die Beide? Ja, sicher. Grazie, wir kl professionelle Also, wir klicken die Jitä. Vielen Dank.